So, ich stehe da im Talblick und schaue auf den Wiesengrund. Und was soll ich sagen? So Gaut wäre gar keine Leute unterwegs. Aber ich habe gehört, dass das ja eigentlich ein Gauts-Zwein ist, weil irgendein Virus ausgebrochen ist und ihr ja daheim bleiben sollt. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Elzbett. Ich bin ein Zwergflusspferd. Ich war 1990 mit dem Zirkus Fliegenpitz in Pferd und bin beim Ausladen aus dem LKW abgekaut. Mit einem total wachhäßigen Stucherer bin ich in die Bengerts rein. Die schönsten Tage in meinem Leben waren das. Ich bin in der Bengerts rumgeschwommen und taucht und habe mich in die Sonne gelegt und ist alles in der schönsten Stadt der Welt in Pferd. Nach einer Woche haben sie mich dann allerdings wieder eingefangen. Ich habe ja auch die Hoffnung, wenn ich aufgeben, dass ich irgendwann vielleicht ja mal wieder zurück in den City Center darf. Das war feierabschäuig. Mitten unter die Leit und wieder ein kleines Wasserbecken. Also, mir hat es doch gefallen. Passt schön einfach auf, der Elzbett meldet sie wieder. Malente. Malente. Vielen Dank.